Immer wieder das Gleiche. Wenn Vorstände nicht kapieren, wenn Fehler passieren und nicht analysieren, weil es uninteressant ist, wie es einem Menschen geht, sondern weil es interessant ist, wie es den unternehmerischen, den Vereinschart geht. Das ist der Eindruck. Wenn man mundtot gemacht wird, weil es uninteressant ist, Sie können ja wieder eintreten, ja ganz bestimmt, trete ich zweimal in einen Verein ein, der sich so daneben benimmt. Wenn ich eine Anwältin im Notfall nicht erreichen kann, ja, dann muss ich adäquat dem Notfall geschuldet andere Lösungen suchen, weil ich muss das bemerkt haben. Wenn nicht, ist man als Vorstand fehl am Platz. Mieterhilfe e.V. Nürnberg. Und warum? Was nützt das, wenn die Mietsache untergeht? Aufgrund mangelnder Sofortadaption. Adaption heißt, in der Lage zu sein, adäquat sich zu adaptieren der Situation, die aufgrund einer Nothilfesituation, oder brauche ich erst einen Oscar? Nein, ich brauche nicht erst einen Oscar, um einen Rettungsring sofort zu bekommen. Es muss definitiv aufgeklärt werden, dass alle kommenden oder scheidenden Mitglieder wissen, wie man sich verhält, weil ein neuer Anwalt aus Franken, nicht aus Nürnberg, hat gesagt, mach doch du einen Verein und zeige auf, mit Hilfe von Sponsorengeldern, wie man einen Pool aufbaut, ohne dass der Abzockungscharakter im Vordergrund steht. Denn wenn ich plakativ diesen Rettungsring hier, einen Menschen nicht werfe, der auf hoher See ist, im Indischen Ozean oder in der Moldau, oder wenn der aus Plastik sein sollte und dann die Luft rausgeht, dann bringt der ganze Ring nichts. Sie verstehen? Ich hoffe. Dafür steht er nämlich, weil ich ihn bekommen habe. Menschen müssen einen Landeplatz bekommen. Aus diesem Grund hören Sie nämlich auch den Heli ADAC. Christoph, 15 in München. Danke für die Untermalung. Wichtig ist, dass man dieser Dame Einhalt gebietet, was sie vor wenigen Tagen an meine Ohren transportierte. Kälter als ein Miele- oder Siemens-Kühlschrank, kommunikativ, kann man nicht sein. Und deswegen wird das geklärt, garantiert. Wir brauchen noch ein paar Darsteller, T-Shirt-Drucks und dann ab die Post, ab die Post zu den Drehs. Die Nachahmung, wie man sich fühlt. Wenn man anruft, Leerlauf, Leerlauf. Keine Umleitung zur Mobilnummer, nichts im Notfall. Wenn man weiß, es ist ein Notfall, dann ist das, Frau Nagat, Vorsatz. Sie schreiben nämlich auf ihrer Seite bestimmte Leistungsmerkmale. Und wenn die wissentlich agitiert sind, gute Nacht, Rettung. Galakonda TV, No Limits. Bye-bye.